Die dritte Auflage des jetzt schon legendären Adventskalenders. 24 Türchen, alle unterhaltsam, die Epstein-O-Rotarier geben wieder Gas. Wunderbar! Ja, liebe Freunde des Popgesangs und der Musik, wir sind heute zusammengekommen, um wiederum ein tolles Video von Petra Behl aufzunehmen. Leider Gottes sind aber ihre Background-Sänger krank ausgefallen, sodass sie mit uns beiden Amateuren hier Vorlieb nehmen muss. Und wir hoffen aber, es gefällt euch trotzdem. Hört einfach rein! Die dritte Auflage des Epstein-O-Rotarier geben muss. Sehr schön zu Hause, der Film, wir und unser Lieben, der guten Welt. Mitmachen, Gutes tun, mit etwas Glück einen der 24 attraktiven Preise gewinnen. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit.